Gestern gab es wieder so ein richtig typisches Betzespiel in Nürnberg. Nerven aufreiben, da ist wahrscheinlich gar kein Wort dafür. Wie ist denn bei euch so einen Tag nach dem Spiel die Gefühlslage? Ja, also erstmal natürlich freuen wir uns über den gewonnenen Punkt. Wir haben in der 95. wieder das Tor gemacht und dann diese ganze Stimmung mit den ganzen Fans, dann ist das ganze Feiern da. Trotzdem müssen wir natürlich gucken, drei Gegentore sind eindeutig zu viel. Wo sind die Fehler gewesen, was können wir besser machen, wie machen wir es besser und das müssen wir in der nächsten Woche wieder umsetzen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt die Analyse mal hinter euch. War vielleicht nach dem frühen Gegentreffer in der ersten Halbzeit schwer in den Spielverlauf zu finden. Dann kommt er vor dem Halbzeitpfiff ran und dann gibt es zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder den Dämpfer, als Nürnberg dann auf 3-1 zwischenzeitlich erhöhen konnte. Hast du denn selbst nach deinem Treff an der 88. Minute auch noch auf dem Platz dran geglaubt, dass es doch noch ein Punkt werden kann? Also wer dieses Jahr bei uns nicht dran glaubt, der ist glaube ich, also man muss einfach dran glauben bei uns. Egal ob es auch in Heidenheim oder in vielen anderen Spielen haben wir schon gezeigt, dass es immer möglich ist. Und das zeichnet uns so aus, dass wir immer weiter kämpfen und immer weitermachen und haben uns diesmal für belohnt. Ich finde auch sehr verdient belohnt, weil wir haben zwar einige Fehler gemacht, aber auch trotzdem ein gutes Spiel wieder abgeliefert zum Teil. Und deswegen den verdienten Punkten genauso genug. Wie sehr hast du dich denn auch über dein Tor gefreut, dass er dann eben den Weg auch zu diesem Remis letztendlich geebnet hat? Ja, gefreut hat mich natürlich. In dem Moment war aber nicht viel mit Jubeln oder sonst irgendwas. Da hieß es nur den Ball rausholen und die letzten Minuten noch irgendwie da das 3-3 machen. Und ja, trotzdem freut es mich natürlich. Und nach dem Spiel der Jubeln mit den Fans, die wieder zu mehreren Tausend mit in Nürnberg dabei waren, der hat auch, glaube ich, gezeigt, wie glücklich trotzdem jeder darüber über diesen Punkt war, auch wenn es vielleicht nur ein Punkt war. So dieses Support gepaart mit der inneren Überzeugung, du hast es schon gesagt, dass ihr nie abgeschrieben werden dürft. Ist das der Erfolgsgarant mal wieder gewesen? Ja klar, also die Fans. Ich glaube, es waren wieder 8.000 oder so da. Es ist unfassbar. Das war wieder eine Wahnsinnsstimmung und auch die, die geben natürlich niemals auf, genauso wie wir. Und dann zusammen ist es einfach, also es klappt irgendwie die Saison einfach und es funktioniert. Abschließend noch die Frage, du rückst jetzt wieder sehr ruhig, nach der Analyse auch sehr geerdet. Aber wie war es denn gestern dann nach dem 3-3? Nach dem 3-3 war natürlich erstmal die Freude groß. Haben es dann auch, also einfach insgesamt uns mit der Mannschaft gefreut, weil wir es verdient gehabt haben. Aber, also das dürfen wir jetzt auch nicht zu hoch anrechnen. Es zählt genauso viel wie der Punkt gegen Regensburg oder der Punkt gegen andere Mannschaften. Trotzdem freut man sich natürlich, wenn man es am Ende dann noch schafft. Vielen Dank dir und immer gute Zeit. Dankeschön. Jule, ein Tag hier nach diesem verrückten Spiel in Nürnberg, bei dem du dein Debüt gegeben hast. Da ist die Gefühlslage vielleicht ein bisschen anders als gestern. Sag mal, wie bist du denn heute Morgen aufgewacht oder wie war denn hier die Analyse, Papp? Na ja, muss ich sagen, ein bisschen zerknotet aufgewacht, war dann doch eine schwierige Nacht. Ich denke, es ist normal, erstes Mal vor so vielen Menschen zu spielen, ist dann doch ein bisschen Aufregung und Adrenalin im Körper. Es dauert ein bisschen, bis man da runterkommt. Aber alles in allem hatte ich heute Morgen gute Laune, haben das Spiel heute besprochen, sind alles mit dem Trainern, dem Team und der Mannschaft durchgegangen. Und ich denke, wir haben die richtigen Schlüsse rausgezogen. Wir haben es gerade schon gesagt, herzlichen Glückwunsch doch nochmal zu deinem Debüt dann für den FCK in der 2. Liga. Das machen wir doch jetzt hier. Das mischt. Was ist denn an, Jule? Wo kommst du denn jetzt her? Da ist ein Kraftraum. Ja, das war ganz schön. Machen Sie gut. Nach der Klo-Furchtabbrechung, Jule, Glückwunsch zu deinem Debüt im FCK-Trikot in der 2. Liga. Wie war es denn für dich so dieser Moment? Das war ja, glaube ich, auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, dass du wusstest, dass du in Nürnberg in so einem Hexenkessel das erste Mal im Tor stehen wirst. Ja, war relativ kurzfristig. Aber im Endeffekt habe ich ein Jahr ungefähr darauf hintrainiert, in die Situation zu kommen. Deswegen war die Freude groß, aber Nervosität war nicht wirklich da. Jetzt ist es vielleicht nach drei Gegend schon schwierig zu fragen, wie zufrieden du mit einer Leistung bist. Deswegen so ein bisschen anders gestellt, wie hast du denn das Spiel erlebt, gerade auch vielleicht eben von hinten von der Torhüterposition, wo man ja immer mal so einen Blick auf das ganze Spielfeld hat? Ja, natürlich nervt das einen, wenn man in seinem ersten Spiel direkt drei Gegentore bekommt, originell drei Gegentore bekommt. Aber ja, es waren schwierige Bälle, man kann leider nicht alles kontrollieren. Das ist nun mal im Fußball so, deswegen bin ich happy, dass wir einen Punkt geholt haben. Ich denke, das zählt, ist auch gut für die Mannschaft und das ist am Ende, was zählt. Und du hast ja von außen schon mal reingeguckt, wie war es denn so, so ein richtig typisches Wetzelspiel haben wir gesagt, war es am Ende gestern in der 88. Minute fällt der zwei, drei Anschlusstreffer und in der 95. dann wirklich noch der Ausgleich für den Punkt gewinnt. Das so mitzuerleben? Ja, ich muss sagen, die Ekstase ist, wenn man von draußen zu guckt, größer, als wenn man dabei ist. Wenn man sich dann doch ein bisschen mehr versucht, wieder zu konzentrieren und fokussieren, weil das Spiel geht halt am Ende trotzdem noch ein bisschen weiter. Aber nach dem Spiel war es pure Erleichterung. Wie war es denn mit den Fans oder für dich, die Vesco, was du schon erlebt hast, waren irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Lauteren, wie die Medien berichten, gestern mit in Nürnberg dabei. Wie war es denn? Das war unfassbar, also auch allein schon als wir zum Warmachen rausgekommen sind, wie die Unterstützung da war im Spiel, glaube ich, hat man fast nur die Lauteren-Fans gehört. Und nach dem Spiel mit den Fans zu feiern, ist was ganz Besonderes. Das gibt es nicht in jedem Verein und man ist unheimlich stolz darauf, einen Teil dieses Klubs einzudürfen. Ich hoffe mal, dass du das ein bisschen genießen konntest und dass wir dich vielleicht auch demnächst noch mal auf dem Platz sehen wollen. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank.